ja hallo schön dass du wieder rein schaust dass du wieder dabei bist bei einem neuen video von mir der neue jahreskatalog steht vor der tür der güt ab anfang mai und mit dem wechsel von unserem jahreskatalog wechseln auch immer fünf form unser sortiment das sind die sogenannten in color form und dazu habe ich auch wieder zu den neuen fünf form ein kleines schnuppen paket gemacht und das möchte ich dir jetzt vorstellen solltest du neu auf meinem kanal sein und von keiner beraterin noch einen jahreskatalog kriegen dann melde ich bitte gerne bei mir ich schicke dir dein exemplar gern kostenlos zu alle meine kontaktdaten die findest du direkt unter dem video in der beschreibung die fünf neuen in color form heißen südsee sommer betonien pink pfirsich creme glücksgrün und rosé also rosé ganz eine schöne farbe wie ich finde und ich habe mir eben dazu ein kleines kennenlernen paket also ein schnuppen paket überlegt und ich zeige dir jetzt was in dem paket alles enthalten ist bleib auch drauf bis zum schluss ich habe da noch eine kleine überraschung für dich die ich dir in dem paket auch dann mitschicken werde so wir fangen an mit dem farbkarton in dem paket ist von jeder farb ein bogen farbkarton in A4 so dass man das alles ausprobieren kann wie einem die form gefallen kann man ein karten gestalten kann und eben wie gesagt für alle fünf formen ein blatt dann gibt es dazu ein ganz tolles designpapier da habe ich zehn stück ins paket und zwei von jeder farb zwei und sie sind beidseitig gemustert alle im gleichen muster in verschiedenen form total toll das designpapier auch mit den blättern schaut total lässig aus das ganze eben auch in die fünf formen Pfirsich creme rosé betonienpink süßesommer und glücksgrün so nette nomen das war das designpapier dann braucht man natürlich auch ein bänder und da tue ich ins paket von jeder farb ein meter band ganz lässig ist das mit einem abgesteppten rand betonienpink und glücksgrün kann man dann schon richtig was anfangen die bänder kommen auch super für so geschenkstaschen oder so hernehmen sind auch total lässig oder schaut super aus die haben auch so einen leichten glanz und dann brauchen wir natürlich noch ein paar glitzes und da habe ich ins paket jetzt auch noch einmal 30 stück eine du von jeder farb sind sich stück in zwei verschiedenen größen hat dies ist im paket noch dabei dieses schnuppen paket hat jetzt einen warenwert von 14 euro 90 und geliefert können das werden in österreich und deutschland das ganze ist noch exklusiv versandkosten für selbst pola entfallen die natürlich und ansonsten machen die noch 3 euro 90 aus und ich habe ja gesagt ich habe noch ein kleines geschenk für dich und zwar gibt es im neuen katalog auch eine neue farbe und die heißt basic beige kommt eben zu dir dazu und da möchte ich dir auch gerne ein ganz kleines geschenk in dein schnuppenpaket und zwar schicke ich dir hier einen dina 4 bogen ich finde das ist ganz interessante farbe und die lässt sich natürlich mit allen anderen formen super kombinieren ja vielleicht magst auch du dir das schnuppenpaket sichern du kannst das ab jetzt jederzeit bei mir vorbestellen ab 2 mai erfolgt dann die auslieferung kann natürlich ein bisschen dauern je nachdem wie lange das dauert bis ich die ware bei mir habe aber bis Mitte Mai sollte das dann klappen vielen dank fürs zuschauen ich wünsche dir noch ganz einen schönen tag und ich hoffe mir her und sehe euch in ein paar Ohren von meinen nächsten Videos wieder tschüss papa